So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO auf meinem Kanal RamsesderDicke. Eine neue Folge Maxout Monday. Wir möchten wieder 6 Pokémon Maxen auf Level 50 in 100%. Ich habe wieder einen Titel Pokémon bestimmt und nehme 5 Vorschläge aus der Community an. Deswegen müsst ihr immer kommentieren. Und ich gucke dann immer natürlich, ob ich ein Hunderter von euren Vorschlägen habe und genügend XL, um das auf 50 zu ziehen. Das sind also die Regeln von Maxout Monday nochmal kurz zusammengefasst. Und ich habe letztens schon gezeigt, dass ich durch den Tausch mit Henry ein 100% Gearspenst bekommen habe als Lucky Pokémon. Das war kein Lucky Trade, kein Garantierter. Wir haben drei Gearspenst getauscht. Das dritte ist dann Lucky geworden. Ich wollte den Lucky Dex füllen und es ist einfach ein 100% Lucky Gearspenst geworden. Mittlerweile habe ich das schon entwickelt zu Monetigo. Das rennt jetzt die ganze Zeit neben mir rum, wie man sieht. Ich habe da extra ein Video gemacht über das Goldmodul. Wenn man das zündet, wie viele Münzen bekommt man das so, wenn man da immer dreht. Kommt vielleicht ein Gearspenst raus. Es soll also möglich sein, ein Gearspenst auch aus einem Goldmodul zu erhalten. Für die Leute, die jetzt keine Switch haben, die können aus einem Goldmodul ein Gearspenst erhalten. Weil das ist ja für alle da, dieses Spawns. Ist aber mega, mega, mega selten. Wenn ihr schon mal aus einem Goldmodul ein Gearspenst bekommen habt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten habe ich hier den Günther entwickelt. Ach, Henry meine ich. Henry den Günther habe ich hier entwickelt. Und habe mir gedacht, das ist das Titel Pokémon für diese Sendung. Den möchte ich jetzt auf Level 50 ziehen. Und morgen wird es auch ein Gewinnspiel zu Gearspenst geben. Letzte Woche ging es ja um Ressladero. Morgen geht es dann um Gearspenst für Leute, die eben nicht die Möglichkeit haben, an Gearspenst zu kommen. Jetzt geben wir erstmal hier das ein. Trotzdem, 4 Sterne und Monet. Und dann habt ihr hier eben dieses 100%ige Monetigo. Henry genannt. Wir können das mal kurz hier bewerten. Dresden, Sachsen, 28.2. Hier gefangen, getauscht, gemacht. Und wir ziehen das jetzt direkt hoch. 286 XL braucht das noch. 10 habe ich schon mal ausgegeben. Damit das Gearspenst genau auf 1111 kam. Das fand ich lustig, die Zahl. Deswegen habe ich das so gemacht. Habe jetzt gemaxed. Auf 3976. Das ist nicht wenig. Das ist auf jeden Fall eine Wucht. Deswegen machen wir jetzt hier auch den Level 50 Tag dran. Guckt euch das Teil an. Das ist das Titel Pokémon. Wir müssen nochmal für die Bewertung, für das Thumbnail irgendwas zeigen, dass es dann so drin ist. Das ist mein Titel Pokémon. Monetigo. Habt ihr auch schon ein Monetigo entwickelt? Schreibt es mal in die Kommentare. Und wie findet ihr das Pokémon? Hat eine interessante Kombination hier aus Stahl und Geist. Geist gegen Stahl, aber Stahl, Geist, Geist, Kampf, Kampf, Stahl, Geist. Ah, hat auch Kampfattacken. Und hat aber glaube ich auch, was hat es noch? Fehl. Es hat glaube ich sogar Zauberscheinheitsattacke. Kann das was in der Meisterliga? Kann das was in GBL? Ich weiß es nicht. Schreibt es ihr mal rein. Ihr kennt euch da aus. Das nehmen wir jetzt weg. Und jetzt kommen wir zu euren Vorschlägen. Was habt ihr denn gesagt? Wir gehen auf das letzte Maxout Monday Video. Erordnen mal nach neuesten Kommentaren. Gehen bis runter und schauen hier nach Balou. Balou hat geschrieben. Quapsel, Zwirlich, Quiegel, Mantax. Jetzt gehen wir mal hier rein. Quapsel ist der erste Vorschlag, den er hier hat. Wir haben Quapo schon gemaxed. Wir haben auch Krypto-Quapo gemaxed. Wir haben Quapuzzi nicht gemaxed. Haben eigentlich nicht genügend XL. Müssten welche umwandeln. Das lassen wir erstmal weg. Gucken wir mal kurz nach Zwirlicht. Zwirlicht. Ansonsten würde das natürlich gehen, aber ich will nicht, dass es geht so. Zwirfinst, 50, passt. Zwirklopp, 50, passt. Zwirlicht ist nicht auf 50. Wir machen einfach Zwirlicht. Dann hast du es jetzt erlebt. Dann ist die Familie auch voll. Die Zwirlicht-Familie komplett jetzt auf Level 50. Alle drei. Der kommt auf 798. Kriegt ihr also auch den Level 50 Tag. Balou ist fertig. Der ist ausrangiert. Den könnt ihr wegbringen. Das war's. The Postman. Vier Vorschläge gibt es noch. Mabula, Froxy, Voldilam. Gute Besserung. Mabula. Ich habe gerade hier erstmal nichts im Kopf und denke, was ist denn ein Mabula? Achso, ja. Ich habe gar nicht oben den Hagen reingemacht bei Entwicklungsreiheanzeigen. Donarion ist auf 50. Akub ist nicht auf 50. Und Mabula ist auch nicht auf 50. Maxen wir Akub. Maxen wir Mabula. Wir maxen mal Akub, sodass Mabula noch ausbleibt, weil wir ja der Reihenfolge nach gehen und pushen das auf 1919 WP. Es sieht einfach so unfassbar hässlich aus. Ich muss es dazu sagen. Weiß ich nicht. Gefällt mir irgendwie gar nicht. Was ist das denn? Das ist... Das ist nix, ne? Gefällt euch das Pokémon? Schreibt's mal rein. Postman auch vor drei Vorschlägen noch übrig. Schenaya sagt, Quapsel. Was wollt ihr mit Quapsel, hä? Quapsel, Jorglev, Zickzacks, Pfiffchen. Jorglev, Zickzacks, Pfiffchen. Jorglev war doch, glaube ich, haben wir beim letzten Mal gezeigt, Bisbach ist, Terribag ist, Jorglev ist nisch, kann man machen. Mach mal, nehme ich den leichtesten Ausweg. Ein Jorglev auf 50 bin ich mit Schenaya auch schon durch. Wir sind geschieden. So, das war's. Level 50 Tag dran auf 1035. Zwei Vorschläge noch. Pokerhander. Dann der nächste Versuch. Mantax, Welsa oder Lumineon. Mantax, Welsa, Lumineon. Mantax ist auf 50. 2300 noch was. Lumineon, das zweite habe ich nämlich vergessen. Lumineon ist nicht auf 50. Phineon deswegen auch nicht. XL sind auch nicht genügend da. Er hatte noch Welsa geschrieben. Schauen wir mal auf Welsa. Mann. Welsa ist auf jeden Fall auf 50. Schmerbe ist auch auf 50. Also, können wir leider nichts machen. Gucken wir nach Jochen. Der schreibt einfach Radfratz. Und das kann jetzt nicht sein, oder? Radfratz. Radikal 50. Radikal 50. Das kommt höher. Das kommt niedriger. Radfratz sind beide nicht. Wir nehmen das höhere Radfratz und pushen das jetzt hier auch auf Level 50. Und ich sehe schon Jochen, der jetzt wieder Radfratz drunter schreibt und mich zwingt, dann das andere auch noch zu pushen. Dass man die Unterschiede einfach sieht. Aber ey, wenigstens ist es ein Kanto-Pokémon hier. In dem Moment finde ich gut, dass vielleicht Kanto irgendwann doch mal voll ist. Radfratz auf Level 50. 830 WP. Eins steht noch raus. Jetzt haben wir Jörg. Mein Spatzel ist Psi-Jau. Vielleicht mal die Anzahl der Einreichungen begrenzen. Soll ich jetzt nach Psi-Jau gucken? Psi-Jau habe ich nicht als Hunderter. Kann ich also nicht. Und begrenzen? Begrenzen bringt mir auch nicht viel, weil dann schreiben nur 10 Leute genau ein Kommentar und dann ist nichts dabei und dann ist es vorbei und ich habe gar nichts gemacht. Also lieber unendlich viele Kommentare schreiben. Nur dass in einem Kommentar vielleicht nicht 100 stehen, sondern vielleicht... Eigentlich sollte man für jeden Vorschlag einen Kommentar machen, aber da redest du eh vor die Wand. Sagt eh keiner was. Das ist Konsti hier. Konoidre. Konstantin. 1996. Max mal ein Gierspenst. Hammer gemacht. So. Sarina. Gute Besserung. Frau Wöllner. Mit Ingwer und Knobi mach dich wieder fit. Da ist nichts dabei. Dann. Dr. Best. Jörg-Lev zur Vollständigkeit. Jetzt haben wir Jörg-Lev schon weg. Hannes. Gute Besserung. Lydien. Gute Besserung. Arjen. Hubert. Gladiandri, please. Gladiandri dürfte ich nicht... ...als 100er haben. Kann ich nicht maxen. Mess-Jungie. Petsneef. Bitte Petsneef. Oder melde an Boosten. Glück auf. Aus. Petsneef. Jetzt bin ich mal gespannt. Petsneef haben wir ja. Siberio eins gemaxed. Und Petsneef auch eins gemaxed. Sogar mit Schleife. Petsneef ist also auch fertig. Tut mir leid an den Mess-Juggy. Alexander Ahringer maxed doch ein Jörg-Lev auf 50. Hammer gemacht. Hennessy. Gute Besserung. Und Pikachu mit Rayquaza-Hood auf 50. Habe ich keinen Hunderter. Pikachu. Hammer aber. Ich muss jetzt trotzdem mal in die Pikachu-Familie rein. Noch mal schauen. Ich habe da nämlich keinen Überblick. Pikachu. Raichu ist auf 50. Pikachu ist auch auf 50. Also. Ist gemaxed beides. Kostüme sind ja wurscht. Hauptsache 100%. Bisa-Fan-Enzo. Ich schlage Bebeck, Vadripje, Jörg-Lev, Mamfaxo, Capoeira vor. Mamfaxo habe ich keinen Hunderter. Glaube ich. Relaxo ist aber gemaxed. Jörg-Lev haben wir schon gehabt. Was war das hier? Capoeira. Da kann ich mal reingucken. Capoeira? Weil wir haben Kigli gemaxed. Wir haben Noc-Chan gemaxed. Ja, so gut. Capoeira ist auch gemaxed auf 2-4. Kigli kommt einfach am höchsten. Kigli ist der Boss. Und ansonsten hatte er... Vadripje und Pebeck. Gehen wir mal auf Vadripje. Hornweisel 50. Vadripje ist aber auch schon auf 50. Halt das Männliche. Bleibt noch... Das Unzeichen, was ich wieder weggemacht habe. Pebeck. Pe... Peck. Tukanon auf 50. Trombeck. Pebeck. Wir machen Trombeck auf 50. Und haben damit das letzte Pokémon für heute gefunden. Und was wir maxen können auf 50.671 WP. Trombeck. 100%. Level 50. The man sitting on the bank. So, ist auf jeden Fall fertig. Das war's. Das waren 5 Vorschläge von euch. Das war ein Vorschlag von mir. Ein Titel-Pokémon. Das war wieder mal sauspannend, oder? Ich gehe kaputt. Und hat sich was geändert an unserer Reihenfolge hier vorne? Nein. Wir können aber mal gucken, wo das Monitigo jetzt steht. Wir sind hier bei 4.2. 4.2. 4.2. Wir sind immer noch bei 4.2. Wir kommen auf 4.1. Okay. Wo ist der Goldklumpen? 4. Wo ist 3.9? Wo ist 3.9? Guck mal, Lunala, Solgeleide. Und da Henry. Da reiht er sich ein überm Hupa. Sonst war's das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Macht ihr wieder Vorschläge in die Kommentare. Was soll ich denn mal maxen? Was ist euer Lieblings-Pokémon? Oder wo habt ihr genau jetzt aufgepasst? Und wisst, dass da noch was fehlt. Und dass da auch was möglich ist. Ansonsten ratet halt willkürlich. Aber übertreibt es nicht. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Wenn ihr auch einen Henry wollt, guckt morgen mal ins Gewinnspiel rein. Und denkt dran, heute Abend die Gewinnspiel-Auflösung im Stream ab 21 Uhr. 20 Uhr chillen mit Ramses. 21 Uhr die Verlosung von 5 Resslardero. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.